Wir können doch nicht ernsthaft diese DDR-Rentner in die Operation involvieren. Werden wir den Flug überleben? Wir haben Werte wie russische Hammerwerfer. So, ja, so. Kippt die Scheiße um, ne? Ja. Ja. Und bitte? Wir suchen die Generation von Tefeshur. Ist gut, wa? Äh, ja. Mach nochmal an. Drei, vier. Und die Hände hinterm Kopf machen.